Ja, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 27.01.2024. Ja, also da bin ich mir jetzt wirklich zu, zumindest zu 95% sicher, dass die zwei Spiegel, hier das eine vom Lydum Island Update, wo es um, ja, Erosionen, Magma und um möglicherweise viel, viel Unheil gehen könnte oder dass die Erdgeschichte, Weltgeschichte neu geschrieben wird, weiß ich nicht. Das war ein Geheimtipp von der Diana. Und das andere ist The Line. Also auch die zwei Sachen bisher mir noch nicht untergekommen. Also die lege ich euch auf jeden Fall ans Herz. Dann gibt es noch was von Kla.TV, vom lieben Geralt. Ja, und wisst ihr ja, VK, Bitshoot, Odyssey, getrailert bei Rumble und dreimal YouTube. Dann, wie es euch beliebt, die Zeit erlaubt und Interesse besteht, sehen wir uns gleich wieder bei, eben auf den besagten Kanälen. Und ja, dann vielleicht bis gleich.